So Freunde, willkommen wieder zu einer anderen Folge von Games of War. Wir sind wieder am Start. Wir machen die Arena. Wir wollen versuchen, nochmal die 10 zu bekommen, damit wir eventuell nochmal eine Schatztruhe machen können. Schatzsuche, nicht Truhe, sondern Truhe-Suche. Mal gucken, mal gucken, wie weit wir hier kommen. Wir brauchen eigentlich nur... 10x Arena-Kämpfe zu gewinnen. Ist aber schwer in dem Spiel, muss ich sagen. Ist nicht so, weil man hier halt einfach nicht... Sehr gut, weil man einfach hier nicht die einfachsten Gegner bekommt, sag ich mal. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ach, tschüss. Ich dachte schon. Oh mein Gott. Jo, wahrscheinlich... Toll. Als ob! Als ob! Schatzsuche... Oh Gott... Leute, ey! Ist das euer Ernst? Boah, elf... Scheiße ist es. So, wie oft soll er jetzt noch sterben? Ich bin so blöd, das ist der Wahnsinn. Ja, natürlich macht er das. Ach Gott, Leute. Ah, je. Ja, also, das ist verloren. Das ist safe verloren. Woher weiß ich das? Das ist einfach ein bisschen übertrieben, was die da machen. Adios. Der darf noch dran sein. Sehr gut. Der überlebt es. Ja, das ist halt GG. Leider, leider. Ja. 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 Das war's für heute. Ah, Mann ey. Dunkelwind, da ist nix vorhanden. Oh, leg mich doch fett am Arsch. Ich hab keine Ahnung, was du benutzt. Okay. Jetzt geht's um die Wurst. 16 Damage, 16! Fuck this shit, what the fuck? Es geht um die Wurst. Die dazu kann ... Schlimmes bedeuten. Okay, nochmal alles ... verändert. Der hat 25 Leben ... 25 ... es wird ... ziemlich eng werden. Ah, das tat nicht gut ... 16 ... okay ... 23 Leben jetzt ... Acht ... okay ... jetzt hab ich's auch noch mit der Zeit zu tun, oder was? Ist das jetzt euer Ernst? Ach, hier ist das mal der. Na komm, mach den Damage. Wer macht nicht den Damage? Der ist, ähm ... Oh Gott, ich brauch eigentlich das Grüne. Nein. Fuck. Das darf doch jetzt nicht sein, oder? Ey, das ist unglaublich, ne? Das ist so bescheuert, ey. Okay, wenn jetzt nichts Blödes passiert, hab ich gewonnen. Ich gewinne es mit zwei ... Das ist nicht ... Boah. Boah, ich hab fast die Krise bekommen. Holy shit ... Boah. Alter, Fall da, ey. Boah, hohoho. Unglaublich, weil ... unglaublich, ey. Oh, ja, genau. Die sind auf jeden Fall direkt alle gebufft. Sehr gut. Au, Backe. Ja, legendären. Autsch. Ach, ist das bitter. Nein, er macht's nicht, okay. Ach, blöd. Ich geh da unten hin. Okay. Boots. Ich weiß nicht, was so eine Fähigkeit ist, aber ich will's eigentlich auch gar nicht wissen. Aber wahrscheinlich bekomme ich's zu wissen noch. Ja, der ist harmlos. Zwei Damage. Äh, das ist nicht, äh, schlimm. Und weg. The legendary is weg. Sehr gut. Das haben wir doch noch besser jetzt hinbekommen wieder. Was macht der? Fünf Schaden, einschaden. Auch nicht schlimm. Adios. Und tschüss. Ho, überlebt der auch noch, weißt du? Und tschüss. Sehr gut. Und tschüss. Ach, ja. Ech, man. Die bekommen Leben dazu. Das ist so kacke. Er kennt auch die grüne. Hier we go! Haha! Wunderbar! sehr gut nach vor zwei runden weggeklatscht jetzt mal weg damit Let's do it. Extra turn. Ah, gut. Thank you very much. Ach, verdammt. Nein? Und... Danke, dass er mich verschont hat. Warum auch immer? Und Boots. Nice round. Level 20. Sehr gut. Neuer Teamplatz? Neuer 50. Hey, cool. Kein Juwärm? Was ist denn mein neuer Teamplatz? Ach, ich kann noch einen jetzt dazu tun? Achso, Teamplatz. Dritter oder was? Achso. Ich dachte schon. Schade. Tor, Gold. Drei neue Seelen. 147. Okay, noch drei. Noch drei. Noch drei. Dieser? Und jetzt ist er? Schade, wenn Sie bleiben. Die Wasserhatives. Okay. Hih. Halt! Bällern wir mal die ganze Sache weg, tschlala Okay. Bam! Completely. Oh, wait, wait. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Oh, f*** mit dem, ey. Oh, die überlebt das auch noch. Ja. F*** mit dem. Leck mich. Tschüss. Man of Surge. Ah, ich kann es nicht mehr sehen. Von Gift gestorben. Traurig. Könnte ich mal jetzt mal irgendwie langsam mal wieder irgendwie für mich mal was hier bekommen? Dankeschön. Ja. Adios. Ja. 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 Das ist super. Tschüss. Geil. Na ha, warum 20? Vermeidungswann sie ich. Na ja. Okay. Okay, noch zwei. Oh my... Okay... Das haben wir schon mal das gut. Was ist das? 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 Das ist das? Keine Ahnung, oh no! Keine Ahnung Das haben wir den Kranston Das ist das Oh, jetzt f- What? Ouch Sooo... Man sieht, er ist nicht von Klugheit umgeben, der Feind. Er hat gerade einen Vierer weggeballert. Er scheint eigentlich schon geworden zu sein. So, jetzt haben wir ihn. Sehr gut! So, und das ist wohl dann unser letzter. Dann haben wir tatsächlich in der ganzen Folge das tatsächlich schaffen können. So, ich habe einen Vierer weggeballert. So, ich habe einen Vierer weggeballert. So, ich habe einen Vierer weggeballert. So, dass wir Sie so setzen können. Okay, schön. So, ich habe einen Vierer yn Hattig. So, wir haben den Vierer weggeballert. So, ich werde den Vierer weggeballert. Und putz. Oh, guck mal, das ist doch nett. Zack. Hab ich weggeballert. Oh, ha. Ach, Damage. Oh, das ist sogar er. Den, den man am Anfang ja bekommt. Pfff, hohoho. Das war Damage. Und gewonnen. Oder? Sieben, müsste doch eigentlich acht abziehen, ne? Jawohl. Adios. Haben wir das auch geschafft, ist doch super. Auftrag abgeschlossen. Zehn. Sehr schön. Und noch ein paar Stufenaufstieg. Sehr gut. Ich spende mindestens 5000 Gold. Eieieiei. Neuigkeiten. Die Säuberung. Ich weiß auch nicht, was das ist für ne... Ach, da oben. Da oben war es doch. Da. Ich habe jetzt einfach so 350 bekommen. Oh, das ist klar. So. Dann wollen wir wieder Schatz suchen. Ah, guck mal da. Zack. Ach. 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 Ich weiß. commune. Das war's. Wundervoll. Okay, das ist gut. Oh, ein Fünfer. Okay, nachdenken, Benni. Das ist gar nicht so schlecht. Okay. Noch ein Stück haben wir noch? Wir haben einen roten, Alter. Wir haben einfach einen roten. Okay, okay, okay. 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 Das ist gut. Okay. 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 Uh, wunderbar. Boom. 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 Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir den nächsten roten. Die Runde ist auf jeden Fall schon mal besser. Oh. Boah. Alter Schwede. Okay, nachdenken, Benny. Nee, fünf Runden haben wir noch. Grüner. Roter. Nice. Boah, saugeil. Drei Rote, ey. Sehr gut. Oh, das ist mal 50. 40! Jei, 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 jei. 49 Züge, Alter. Holy shit. Aber das ist ja mal... 49 Züge. Tatsächlich kommt mir das gar nicht so viel vor. Wisst ihr was? War schon in der Runde. Sehr cool. So. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, nice. Ja, das ist gut. Okay. Oh, extra Lars. Oh, good. Okay. Das ist gut. Die haben zwei grünen, das ist halt noch nicht mega awesome. Ein paar mehr müssen es werden noch. Das war gut. Okay. Jetzt scheint es leider nicht so gut zu sein mehr. Okay, jetzt haben wir vier grünen haben wir jetzt. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gut. Okay. Okay, okay, okay. Alter Schwede, wie habe ich mich denn jetzt auf acht wieder hochgegammelt? Okay, grün zu rot. Okay. Tja, jetzt wird es ein bisschen kacke, ne? Oh, das ist gut. Grün. Grün. Okay, letzte Runde. Oh, das ist gut. Hm, schade. Nein! Dann kommen da noch so Säcke reißen. Aber mal gucken, was wir hier draus bekommen. Okay. Okay. 100 Sälen, vier Edelsteine, acht Roten, das ist gut. Und knapp 500 Gold, das ist auf jeden Fall sehr gut. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Gut. Tschüss. Dann war es das für die Folge. War ein bisschen länger. Schaut zu und so. So tschüss, schauen wir auf wieder. Seine neue Bälle. Bis zum nächsten Mal. Und so, ihr wisst Bescheid. Games of War. Tschüss.